Ja, jetzt noch ein Bus abschleppen. Wo geht das Ihnen jetzt gerade? Aha, nach Deutschland. Ah, okay. Viel Spaß. Ja, Leute. Willkommen zurück bei Redtox für unser Euro Truck Simulator 2 Let's Play. Und ich wollte euch, ich habe auch euch gesagt, dass wir jetzt fahren, einmal mit der Rampe. Konzakt so aktiviert. Und da könnte man nur das aktivieren in diese Konfigurationmenü, ja. Und hierher auf Boom-Klick. Und da müssen wir das hierher so anstellen. Okay, bestellen. Und jetzt die Rampe. Ja, Sie sehen auch, die Rampe ist jetzt aktiviert. Aber ja, vielleicht irgendwann, wir das bearbeiten oder, keine Ahnung, vielleicht irgendwann, könnte man das auch automatisch so runterstellen und auffahren. Es wäre auch eine Möglichkeit. Aber da muss sich der Motor sich ein paar Gedanken machen, wie es sollte, funktioniert. Ob er könnte das einfach machen, ist noch die Frage. Okay. Okay. Jetzt, ich bin auch zu... LKW ist frisch, äh, repariert. Okay. Oh, ich habe mein Navi. Hoppla, hoppla. Ja, ich werde sagen, ich schlafe einen Runden, weil... Da wollte man auch anfangen, kurz Lieferung machen. Okay. Ich schlafe eine Runde, jawohl. Und jetzt nehmen wir eine neue Auftrage. Äh, Auftrage, Auftrage. Dann gehen wir auf Auftragangebot. Ich hätte gern wieder etwas schnell machen, wie das ist. Das wir sehen auch einfach, wie es funktioniert, die Details mit dieser Rampe. Auftrage, äh, nein, nicht Auftrage. Äh, Frachtmarktangebot, oh. Äh. Verwenden. Verwenden. Ah, ich könnte noch nicht mal... Aha. 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 Das ist aber, äh... Jetzt nicht so gut. Verwenden deinen Auflieger, ja. Ah, ja, 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 ja. Ah, doch, 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 jetzt so, in Berlin haben wir etwas, aber gut, ich bin in Manchester. Das hat man auch etwas bekommen, oder? Ah, ein kaputter Bus, jawohl, das nehmen wir. Oder Manchester Castle, ja, wir fahren wieder nach Deutschland zurück. Das ist unser Ziel jetzt. Okay. Okay, wir fahren los. Ja, fahren wir los. Oh, fest. Äh. Ja, und ich merke auch, dass der LKW Mods, wenn der ist im Solo, dann, es kommt ein paar Framedrop. Sie können das auch sehen. Das aber hinzu, das ist nicht mehr so flüssig. Aber sobald, dass ich aber in Lieferung... Dann läuft das auch einfach wieder ganz okay. Okay. Biege nach links ab. Oh, und ich bin falsch. Okay, ich gucke mal auf, äh, äh, nein, nein. Wo war das mit... Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Ja, 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 schön klar, schön klar. Äh. Ah, nein. Ah, nein. Ich möchte einfach... Äh. Nein. Nein, 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 nein. Ah. Wo war das mit... Ah, mit IRR, nein? Ja, ich bin sorry. Nimm diese Ausfahrt. Ja. Ich will auch nicht mehr die Menü haben. Oh. Äh, wo war das noch einmal, die Tast... Ah, IRR. Rechts halten. Und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, ja, schon klar, schon klar. Hier endet es. Machen wir die Lichter auch an. Äh, da ist kaputt, LKW ist da rüber, okay. Okay. Okay, aber... Wo ist... Ach, IRR. So, noch ein Stück. Jawohl. So, auftragen. Und hier war das. Eine kaputte Busse. Okay. Fertig zum Losfahren. Ja. Und warum ist meine... Ah, IRR. Okay. So, jetzt... Achtung. Ja, jetzt... Die Raumpiece ist aktiviert. Aber schade, dass... Man könnte einfach auch das nicht so... So. T. Fahrt vorsichtig. Okay. Gut. Was könnte man auch sehen? Okay, jetzt... Äh... Äh... Das Teil ist auch... Äh... Scheint auch einfach... Äh... Gut in Funktion zu sein. Äh... Okay. Jetzt... Können wir... Äh... Losfahren. Äh... 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 Nein, das wollte ich nicht. Äh... 3... Nein. Ah... Ah... Fernlicht rumlöscht. Äh... Und rumlöscht. Ja, das brauche ich auch. Und Fernlicht, äh... Man könnte auch die Fernlicht anschalten. Oder? Jawohl. Okay. Hoppla, hoppla, hoppla. So, Spiegel. Konfiguration. Jawohl. Und fahren wir mit, äh... 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 Mit einem Bus. Und dann werde ich auch an... In der nächsten Folge... Wiege nach links... Ein neuer Lkw, äh... Äh... Aussuche. Bitte links halten. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ja, ja, ja. In diese Ausfahrt. Und dann fahren wir jetzt Richtung... Oh. Oh. Ich habe die falsche Ausfahrt genommen. Neu berechnen. Okay, aber... Das ist auch keine... Keine große Umwege, oder? Ich muss sowieso Richtung Autobahn. Hoppla, hoppla. Fahr doch, Kollege. So 30. Aber da steht 48. ... jetzt ist bis zum W surprises See. Und dann gehen Sie wieder. 五. Etwa. ok jetzt 80 ja weil man könnte schlafen mit 48 kammer links halten und dann links abbiegen lege nach links ab rechts halten und dann bleiben sie immer geradeaus 760 euro ja super bezahlen wir auch gern jetzt ich fahre langsam jetzt man muss da auch nicht immer übertrieben oder so jetzt sieben und neunzig kammer ok und das ja hoppla hoppla links halten und dann bleiben sie immer geradeaus er hat gemerkt da ist die ausfahrt zu glück war ich auch nicht so schnell so aber jetzt hey gib doch gas junge junge gib gas oh hallo bist nicht alleine hey was soll das rechts halten und dann bleiben sie immer geradeaus ok jetzt gebe ich gas immer geradeaus er ist zu gefährlich der andere haben sie das gesehen er wollte einfach unbedingt auf dem andere spur wechseln aber der hat nicht aufgepasst dass ich war da nebendran rechts halten und dann bleiben sie immer geradeaus so fahr mal langsam immer geradeaus ja ich war mit einhundertzig kammer das ok meiner zeit es wird auch bestimmt zwei folge geben bis das mal kommt im kassel und dann der lkw dann immer geradeaus ich glaube ich mache noch eine dritte folgeaufnahme ja wir sind gerade mittwoch 7 märz und ja ich könnte auch sogar noch eine dritte folge machen wir werden mal sehen ich bin auch motiviert so man könnte auch einfach gas geben ja das gibt nur im england man dürfte relativ schnell fahren in deutschland frankreich das ist verboten ich weiß nicht wie das ist in spanien aber ich glaube dasselbe das im spanien man könnte auch nicht als lkw fahrer über 100 kammer fahren gut sie haben auch gesehen man könnte auch locker 150 kammer erreichen mit das lkw da ist auch kein problem der hat leistung power aber er ist auch nicht so sparsam wenn man auf die gaspedale drücken das sind auch jetzt gerade ich habe auch jetzt die efte schön ja die halbe tank vor hat genommen gut das ist diese wenn das wäre eine normale bensinemotor da denke ich mal dass die tank vor hat noch nicht mal für 200 km war wenn ich fahre mit über 100 kammer schätze ich mal so das gibt auch eine tank stellen ja ich glaube ich werde einfach eher stoppen weil bis das tunnel weil ich glaube man nehmen auch wieder diese euro tunnel dann ist das die letzte stopp bis das euro tunnel und bestimmt wird auch die folge am ende gehen wir werden mal sehen oh oder vielleicht bin ich auch so schnell das sind diese folge oh je oh je ich habe glück gehabt so was ist los kollege okay und jetzt okay oh aber ich sollte auch schauen weil ja gut ich kann auch okay oh jetzt ja das war gefährlich so rein zu fahren auch 80 erlauben okay gut man sollte auch vielleicht mit 80 fahren aber auch jetzt Jetzt ist es 97, ok, oh je, 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 ja, 104 Kammer ab, ok, alles gut. Gerade 6.11 Uhr Morgen, ja, man könnte auch die Lichter ausschalten, ok, oh, immer geradeaus, ja, 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 Birmingham, rechts halten und dann bleiben sie immer geradeaus, rechts alt, ok, immer geradeaus, rechts halten und dann bleiben sie immer geradeaus. Immer geradeaus, ja, schon ok, sie wiederholt sich die Dame. Ja, Manchester liegt oben, äh, Manchester liegt oben von London aus, ok, immer geradeaus. Dann, ich war auch nicht so falsch in der letzten Folge, ich habe auch gesagt, oh, Manchester liegt auch nicht so weit weg normalerweise von London. dann, gut, trotzdem, ja, doch, das sind trotzdem ein paar Kilometer, einfach, ne. Ja, immer geradeaus. Ja, alles gut. Wir werden mal sehen, ich habe jetzt eine halbe Stunde gebraucht, oder? Und, äh, das Euro-Tunnel mit Schnellfahrt bis Manchester, ne. Jetzt, äh, ich weiß nicht, mit 97 Kammer, bis jetzt, ich habe auch nicht so, äh, ein schnelles Tempo gemacht. Ich habe gedacht, wie lange, man erreicht das Euro-Tunnel, aber ich glaube nicht, dass halbe Stunde langt. Gut, ich habe einen kleinen Stopp gemacht, ja gut, in die andere Folge auch. Da habe ich auch einfach getankt. Was? Hallo? Ah, 80 jetzt. Immer geradeaus. Oje, 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 das geht so schnell. Bei dem. Mit der Geschwindigkeit. Oje, oje. Ich habe es auch nicht aufgepasst. Ok, jetzt fahre ich mit 78 Kammer. Ah, jetzt kann man Gas geben, ja, 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 ja. Nimm die Ausfahrt links. Äh, ja, 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 ok, 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 ich nehme die M1, ok. Äh, ja, 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 es ist besser so, dass du gehst auf die andere Seite. Gut, jetzt fahre ich mit 101 Kammer. London, ok, London. Ja, ich denke mit der Hochtempo-Geschönlichkeit, ich habe bestimmt 5 Minuten. Gewinnen, aber ich bin noch nicht so sicher. Vielleicht habe ich nur 2-3 Minuten gewohnt auf der Zeit. Aber jetzt, man könnte einfach auch den Unterschied machen, wenn man richtig schnell fährt, so ab und zu, so wie ich war, in die letzte Folge. Und jetzt mit Normalgeschönlichkeit, was man Zeit gewinnen. Ich denke schon, dass man Zeit gewinnen kann. Ich denke schon, dass man Zeit gewinnen kann. Oh, schön wieder. 80er Lobby, aber sind das Blitzer oder wie? Weil ich blick überhaupt nicht. Warum bin ich erwischt die ganze Zeit? Okay, jetzt frei. Okay, okay. Jetzt habe ich die Geschönlichkeit, jawohl. Ja, jetzt muss ich achten. Weil ich habe auch kein Schild. So, ich achte nicht auf den Schildverkehr. Plötzlich steht 80. Und da bin ich geblitzt. Und die Navi-System sagt mir auch nicht so schnell. Ah, hier kommt ein Sohn mit 80. Das ist auch die Sache. Meine Schuld, Leute. Meine Schuld. Aber ich muss London. Okay, ja, bla bla bla. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Ja, ich verfolge den Bus. Der Bus geht bestimmt nach London. Immer geradeaus. Er hat auch Touristen mitgenommen. Ich habe den Ersatz-Bus dabei. Möchten Sie anhalten und den Bus wechseln? So, jetzt. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Kein Problem. Ah, Felix Daun. Nein, das ist Volkstun. Volkstun ist einfach die Örotunnel. Oh, 80 wieder. 80 wieder. 80 wieder. Retox 80. 80. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. So fahren wir mit zwei Kammer mehr. Achten Sie auch nicht für zwei Kammer. Immer geradeaus. Okay, jetzt ziehen wir mal eine Ziehkammer. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Ja, okay, alles gut. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Ja, ich glaube Richtung Döver. Immer geradeaus. Ja, im England bin ich auch trotzdem mit dem Spiel jetzt, ich glaube fünf, sechs Mal oder sogar acht Mal, glaube ich, im England gefahren. Ja, ich fahre lieber gerne einfach auf, nicht so oft in England. Weil man kennt auch einfach nicht so ganz die Verkehre. Sie haben auch jetzt gesehen. Da fahren die einfach auf einmal. Mit einer guten 97 Kammer. Und auf einmal buf. 80. Ajo. Und ja. Übrig ich habe auch wieder Lust auch in Türkei wieder zu fahren. Das hat mich auch sehr gut gefallen. Türkei. Da könnte man das auch einfach irgendwann auch wiederholen. Da bin ich nur einmal gefahren in Türkei. Aber das war eine schöne Roadtrip aber. Das muss ich zugeben in dem Spiel. Man könnte einfach viele Roadtrips machen. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Gut, Rum, 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 Bulgarien haben auch schon sehr oft sind wir auch gefahren. Aber Türkei bis jetzt nur einmal. Und Russland, ja. Wir sind auch einfach auch nicht so oft darüber gefahren. Ich glaube zweimal, glaube ich. Ja, das gibt auch viele. Oh, flieger Schade. Ja, okay. Ja, Sie sehen jetzt, ich habe schon noch nicht mal die halbe Stunde. Und, äh, gut. Waren wir bestimmt drei Minuten beschäftigt mit, äh, die LKW-Anstellung. Und, plus noch, äh, vielleicht eine Minute mit Auftrag. Suchen und Abholung. Ja, zwei Minuten. Ja, dann rechnen wir jetzt schon fünf Minuten, äh, wenige. Dann sind wir bei 25 Minuten. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass in 30 Minuten, dass ich, äh, erreicht das Euro-Tunnel. Weil ich glaube, ich war viel zu schnell in die letzte Folge, äh, dass ich habe auch Zeit gewonnen. Jetzt, wir machen einen kleinen, äh, Vergleich schon mal. Ja. 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 So, Dover, Aaron. Und Dover, Southampton, okay. Nimm die Ausfahrt links. Ja, genau, das habe ich schon gesehen. Oh, schon wieder auf Fliegerstart, ja. Das ist diese Rampe. Biegen nach links ab. Nach links, okay. Okay, jetzt 80, der Kollege ist auch zu langsam. Und ich kann auch ihm überholen, jawohl. Gut, das ist das erste Mal, dass ich nebenher anfah. Voll die Geschwindigkeit. Aber jetzt fahren wir mit 80 jetzt. Ja, ich glaube, ich habe trotzdem fünf Minuten gewohnt in die letzte Folge. Gut, wir sind noch nicht am, bis, äh, das Rotinell. Oh, da ist eine Meldung gewesen. Jetzt rechts abbiegen. Rechts? Okay. Biege nach rechts ab. Ja, 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 ja. Mit der Rampe, ja, Sie sehen auch, dass man macht einfach auch sehr viel Schade so schnell. Okay, wir sind bald am Örotunnel, schätze ich mal. Hoppla, 50, 50, 50 ist erlaubt. So, jetzt gerade 80, erlaubt, okay. Ja, ich denke mal, äh, ich habe auch gesagt, fünf Minuten habe ich vielleicht gewonnen, die letzte Mal, aber. Demnächst rechts abbiegen. Ich muss zugeben, dass, äh, vielleicht habe ich überhaupt keine Zeit gewonnen. Biege nach rechts ab. Weil jetzt bin ich auch schon am Tunnel. Und wenn man rechnet, die 35 Minuten, minus fünf Minuten Abzug, ja. Dann war ich überhaupt, äh, nicht so schnell dann gewesen. Oder ich habe keine Ahnung. Ich vergleiche es einfach nicht so zu sehen einfach. Okay. Oh, aber jetzt mit dem Bus. Oh, ja, hallo, eh, 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 fahren Sie doch langsam, Leute. Ich habe einen Bus. Ich habe einen Bus. Okay, das ist einfach auch, ja, Sie sehen auch die, die Rampe. Ja, man macht auch viel Schaden mit der Rampe. Äh, mit dem, äh, so, wenn das Kippern war, Bodenprobleme. Hoppla, 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 hoppla. Ich wollte die, äh, Spiegel, jawoll. Auf Fliegerstein, ja, noch einmal auf Fliegerstein. Okay, gut. Ich bedanke mich noch für, äh, zu schauen. Oh, in der nächsten Folge. Es geht weiter Richtung, äh, Kassel, dann Deutschland. Und ja, ich glaube, ich mache noch eine Aufnahme. Und dann, äh, das wird einfach auch, äh, irgendwann, weil ich habe wieder Zeit. Dann mache ich auch weiter mit Euro Troximeter 2 mit einem neuen LKW. Ich bedanke mich noch für zu schauen. Und wir sehen uns noch. Ciao, mach's gut. Ciao, mach's gut. Ciao, mach's gut. Ich bedanke mich noch nicht. Tschüss, mach's gut. Tschüss.